Das ist echt fies von hinten eben. So, wir gehen auf Waffenschaden. Und dann... So, wir gehen auf Waffenschaden. Wow, der Schuss geht ja mal voll daneben. Wir gehen jetzt auf Bewegung. So, wir gehen auf Waffenschaden. 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 Schuss nach hinten. Perfekt. Eieieieiei. 39er Schaden machen wir mit einem Pfeil. Das ist schon ganz lecker, du. Brandschaden. Nehmen wir dazu. Oh, ich bin rausgetappt. Ey, toll. Mein Leben wegen Nöffels verloren. Schnellfeuer. Ist bei der Waffe tödlich. Ja, noch nicht ganz, aber wir spielen noch ein bisschen. Nehmen wir noch Zeit. Oh, wir können die Waffe aufladen. Was ist das denn Geiles? Das habe ich gerade erst rausgefunden. Okay. Dieses Spiel überraschend. Es überrascht mich noch bis heute, ne? Okay. Tut mir leid, Leute. Ich muss meine Punkte aufsammeln. Boah. Sehr gut, Aprofis. Was für einen Rang spielst du eigentlich, Aprofis? Ich weiß nicht, zweideutig. Also, um fast 3 Uhr morgens darf ich da auch zweideutig werden, ne? Ich meine, die Kies können die jetzt eh higher machen, ne? Oder sind schon längst in der Falle. Oh, der trifft uns. Es sind zwei Herzen weniger. Göttlicher Zorn. Wie immer. Ich liebe es. Ich renne in die Barrikade rein. Hey, Mann. Bin ja auch ein Held, ne? So, wir gehen auf Waffenschaden. Gerne. Großer Schuss. Nehme ich auch gerne. Oh, Mann. ist halt die frage ob der aufgeladene schuss echt stärker ist als platin 3 ist doch auch okay ich bin auch da mit 1 wieder wenn man zockt ist man halt aber zu mal echt vom schicksal gebeutelt worden er ist so sehr gut diese waffe ist der hammer so was haben wir denn da noch so vierfach schuss jetzt geht's ab hier jetzt geht jetzt schaden hätte ich daneben auch noch gern gehabt aber ja nicht alles haben mehr punkte ich danke dir für dein follow viel liebe dann ich schaue warum jetzt kriegen wir ihn nice das spiel an uns erhört keine mentale genommen okay dann müssen wir den geist jetzt aufholen au ok das aufladen ist schlecht punkte da ist 12 aber wird noch feuer das ist das ist so wir versuchen jetzt die ganzen punkte aufzusammeln hier umliegen das ist 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 Ah, ja, ja. Er hat losgelassen, ne? Ah, schild verloren. Ah, ja. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, Claude, er ist auf jeden Fall die letzte Runde für heute. Die letzten fünf Minuten werden wir es überleben. Aber jetzt kommt ja nochmal der Boss, ne? Wo ist der Sack? Ah, komm von oben. Nein, wir nehmen kein Doppelleben, wir nehmen Wutpunkt. Das war knapp. Ah, Mann. Okay, die halten schon mal ein bisschen mehr aus. Oh, 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 oh. Ich hab mein Schild verloren. Ach, dumme Aktion, ey. Alter. Also, eigentlich bin ich müde, ne? Drei Minuten, acht Sekunden. Drei. Drei. Drei Leben. Ach, das ist so gut. Bin gleich wieder da. Ich hole mir nur eine Coke. Also, ich muss nicht weit weg. Ich hoffe, Claudia. Irgendwas Kühles zu trinken. Das ist ein kühler Kopf, ne? Bringt was. Bequem hinsetzen. Ui. Voll gemacht. Also. Das nehmen wir jetzt, weil wir haben ja auch Brand geskilled. Wohltuende Wärme. Und auf geht's. Weg vom Boss. 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 nur noch scheiße kriegen wir jetzt hier das ultimative waffe die müsse jetzt kommt okay Todeskugeln haben wir eigentlich sollten wir es auch nicht mehr mit dem boss anlegen aber ich will ihn noch legen hier 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 die kaputt schade schade